Sie gehen mit dem Stein spazieren. Hey Leute, ich bin hier und zwar an einem Viewpoint, aber seht euch das an, alles, 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 alles voll. Die Leute, die Leute streiten sich um einen Parkplatz. Hier ist ein Parkplatz. Ja, aber wirklich, es ist 1A. Warte, ich zeige euch mal das alles von der Weite, nur einen kurzen Moment. Seht euch das an. Hier geht es noch weiter rauf. Bis zu dem Baby. Dort oben, wenn wir, wir hätten dort weiter fahren können. Aber mal schauen, wir sind ja noch mehrere Tage da. Hallo. Ah, dort oben. Oh mein Gott. Jetzt wird das... Ja, ich habe mein neues Visier. Aber siehst du das dort oben? Die haben Aussicht. Aber das... Schau an, schau an. Leute. Das... Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfangen kann. Warten wir schnell. Hier. Wow. Aber wir müssen da rauf. Das... Dort, wir müssen da hin. Von hier. Naussicht. Gleich 0. Hey, und wie geht's? Es ist abartig hier. Es ist abartig hier. Es ist vielleicht da. Die fliegen da mit der Drohne herum. Seid mal, ihr seht. Ja. Dort oben. Irgendwo dort oben fliegt er herum. Aber auf jeden Fall. Ey. Seht euch das an. Seht euch das an. Wow. Einfach der Hammer. Hier. Das Meer. Aber... Wartet. Dort oben. Dort oben. Dort will ich hin. Aber dort wäre es besser. Wir sind viel, viel höher dort. Warte, ich zoome mal an. Genau dort. Dort wird ihr alle stehen dort. Erkennt ihr jemanden? Nee. 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 Herrlich. Feine? Ja. So. Menschen sind Sauhunde. Wirklich richtige. Menschen sind Arschlöcher. So. Apfel. Alles voll. Wie sie keine eigene Apfelleimer hätten. Also irgend so ein bisschen. Schaut euch das an. Wow. Also das hat sich fast gelohnt. Ja. Das dort oben. Das hätte sich gelohnt. Ja. Ja. Nächstes Mal. So. Mal schauen. Aber die Strassen sind wunderschön. Wenn ich ein besseres Auto hätte. Schauen wir mal an. Vielleicht sehen wir etwas. Aber ich denke nicht. Und ein bisschen raufspurren. Das ist es. Und hier waren wir auf dieser Seite. Dort wo wir unten waren. Das war. Das war. Das war. Wo sind wir? Wie hieß das? Porte. 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 Ich schreibe es unten in der Beschreibung mal hin. also das war diese Seite und dann kann man weiterlaufen und ich hab's gehört, ich hab's gehört, aber dann kommt man in diese andere Bucht und ich bin aber nicht im Sonder, wie es dort oben aussieht, das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf wie wär's, wenn ich mal Rocklaufen mache, weil so gefährlich sieht das ja auch nicht aus aber wieder überall Abfälle, aber herrlich immer los hier Leute man merkt, dass ich lange Zeit keinen Content gemacht habe, fällt nichts mehr ein, kann nicht mehr reden, keine Ahnung von was ich reden sollte, aber für euch ist ja wichtig, dass mit dem View aussieht so besser geht das mit dem Ding nicht mal schauen, ich denke, oh, mal die andere Bucht langsam aber wie gesagt, ich bin immer noch am überlegen, dass ich irgendwo dort hingehen weil, hm, das sieht cool aus, ja aber, ja, hier sieht man auf der anderen Seite aber auf jeden Fall, es ist wert man sieht keinen direkten Sonnenuntergang aber die Farben die Lichter neben mir das was man nicht sieht ist die Sonne geht dort unter hinter dem hinter dem hinter der Gebilde aber sieh, das ist da Sonnen aber so, ihr habt das wichtigste gesehen aber ja leider kein schöner sonnenuntergang aber dafür die farben wunderschön ist herrlich schaut euch das mal an sieht man das sieht man gar nicht aber auf jeden fall schön dass ihr dabei gewesen seit wart in zeit fragt mein deutsch ist weg auf jeden fall danke fürs zuschauen lasst einen kommentar dran like das subscribt also abonnieren liken kommentieren sie gehen mit dem stein spazieren ja es gibt halt solche vorlieben also vielleicht redet man mit dem stein gassi komstein kommt aber leute trotzdem vielen dank vielen dank an alle an wirklich alle auch an die zwölf die immer meine post liken ihr habt etwas gut bei mir und nicht vergessen abonnieren liken kommentieren also bis dann